Willkommen zu Monis magischer Adventszeit und Türchen Nummer 3 ist jetzt hier im Fantasyland vor der Old Mill, der alten Mühle und als die Mühle gebaut wurde, war es tatsächlich eine Attraktion und zwar ein Riesenrad, aber es wurde nach kurz aus der Zeit wieder abgebaut. Ich zeige euch jetzt hier ein Bild, welches ich bei Google gefunden habe, natürlich mit Quelle. Ich finde es ein bisschen schade, dass es abgebaut wurde, ich finde hier ein Riesenrad im Fantasyland wirklich eine richtig coole Attraktion und man könnte sich das Fantasyland auch nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen. Musik 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 Musik